Jo, hallo Leute, da sind wir auch gleich wieder. Super Mario Galaxy steht an, steht an, es steht Super Mario Galaxy an. Ja, was ist mit mir los? Das weiß ich selber schon wieder gar nicht. Ich möchte das, glaube ich, auch gar nicht erfahren. Denn wir machen jetzt ein Kometen-Level. Und ich bin mir nicht sicher, ob das so gut ist, wenn ich das jetzt mache, Leute. Soll ich das machen? Soll ich das nicht machen? Hör mal, ihr seid hier die, ihr seid hier die wegweisenden Leute. Leute, sagt mir doch, kann ich das schaffen? Oder werde ich verzweifeln? Das Schattenverlies, der lila Münzen, nein, boah, nein, hör auf, lila Münzen. Bei denen habe ich ja noch ein Trauma, wenn ich, ach du, ah, das macht aber Spaß. Boah, ich liebe diese Abwechslungsreichität, diese Abwechslungsreichität in diesem Spiel. Ja, natürlich wieder die Animation, man landet direkt auf der Röhre, da kann man ja auch so viel entscheiden. Okay, Leute, so, nehmen wir nochmal kurz die Sternzeile mit, alles klar. Ja, und, ja, wie sollte es anders sein? Wir haben Schattenmarios bei uns. Ist aber nicht schlimm, denn, äh, ja, Aua! Ist doch schlimm. Die Lidermünzen füllen mich nicht auf. Geh. Nein! Ach du fuck, ach du scheiße, oh oh. Nein! Ja! Oh 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 oh! Scheiße, Leute! Boah, mein Gott, geht kaputt, bitte! Ja! Boah! Das, boah, Leute! Guckt euch das an, mein Gott, gibt das saftig Sternenteile noch für den Reiner, Alter! Mein Gott! Dem, 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 scheiße! Ja, geil, ich habe gerade die Leiste runtergeschmissen. Oh oh! Oh! Ey, toll! Nette, Moment, Leute! Alles geht in was! Luba, ich komme! Oh! So, 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 okay, 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 okay. Galaxie komplett. Oh mein Gott, so, ah, da können wir ja fast wieder, guck mal, da kommt der nächste Komet. Haben wir jetzt hier Kometen-Time oder was? Mein Gott, okay, Leute. Oh, sorry, ich habe hier gerade alles abgerissen. Tut mir leid. Hör mal, jetzt geht ja, also das war, das war jetzt gerade aber schon echt knapp an dem, an dem Fail vorbei, muss man sagen. Das war, oh ja, das war schon allerhöchste Sekunde, würde ich mal sagen. War schon wirklich auch irgendwo knapp. So, okay, was haben wir denn jetzt? Kometen-Alarm. Solange das nicht wieder... Die Stamina der Kanina. Was? Die Stamina der Kanina. Alter Schwede, das sieht scheiße aus. Da habe ich schon gar keine Lust mehr. Oh oh, oh oh, was ist das? Das sieht blöd aus. Ich möchte nicht. Ich bin doch noch so jung. Was? Schildfried, mach sie alle fertig. Alles klar. Aber Hauptsache die Zeit fängt an und mit der Animation verbraucht man schon voll ewig Zeit. So, ich zeige euch, wie man macht euch kaputt. Ich mache euch alle fertig. Boah, das ist ja auch mega geil zum Sternenteile fahren hier, ne? Nur leider kann man die Kometen-Missionen ja nur einmal spielen. Aber auch so ein Problem ist, dass das einfach viel zu viele sind. Ich meine, die kriege ich doch alle gar nicht hier. Oder? Doch. Alter, das wusste ich gar nicht. Das Feature kann dich noch nicht. Ne, schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht. Toll. Na ja, gut. Wisst ihr, was das Positive ist? Wir verlieren ein Leben, aber haben ja noch ein paar Sternteile. Okay, ich mache alle fertig. Warte. Boah, Leute, ist das ein Dreck, ey. Ist das ein Dreck. So, pass mal auf. Das ist asozial. Ich kann nicht arbeiten. Steht voll im Weg, ihr Assis. So, komm jetzt. Ja, wie soll ich das denn schaffen? Ich treffe die doch alle gar nicht. Ja, egal. Ja, toll. 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 Ich bin ein Noob. Es bleiben immer zwei übrig. Toll. Was soll denn der Scheiß? Hör mal. Okay, Leute. Okay, nächster Versuch. Ich mache es nicht fertig. Alles klar. Ne, das einzige Schöne, was mich jetzt davon abhält, mich übermäßig aufzuregen, ist wirklich in der Tat, dass wir im Grunde sehr gut damit fahren, hier sogar ein paar Leben zu verlieren, weil wir ja oft auch irgendwie hier noch eins dazukriegen eben. Da ist sehr, sehr, eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, ein paar Sternenteile mitzunehmen. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Oh, guck mal, wie viel wir jetzt gerade bekommen haben. Ey, ich fahr aber auch immer daneben, ne? Jetzt komm. Gib. Oh, hab da gesehen, wie knapp der war. Ja, jetzt soll ich es aber schaffen. Oder nicht? Ja, es leben ja nur noch zwei. Nur nur einer, wenn ich den nicht treffe. Ja, endlich. Yay. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Sauber, sauber, sauber Bärd. Der Sauberbärd. So, und schaut euch das an. Ein paar Sternteile. Dim, 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 Mario. Richtig, richtig nice. Mein Gott, ich muss was trinken. Meine Kehle ist nicht mehr die jüngste. So, wir haben bereits jetzt schon den Schnitt erhöht. Der Schnitt ist drastisch erhöht. Ach du Scheiße. Das wird interessant, Leute. Das macht man natürlich auch jetzt gleich direkt. Och, der Brief tot. Was geht? Ey, kleiner Luma. Ich hab da einen Brief für den Baby-Luma. Oh, der hat den Baby-Luma-Post. Mein lieber Baby-Luma. Ich hoffe, dass dich dieser Brief wohlbehalten erreicht. Geht es dir gut? Am bei etwas, das Mario und dir auf eurer Reise von Nutzen sein dürfte. Möge die Kraft der Sternteile mit euch sein. Och, Rosalina. Das ist ja so herzerreißend von dir. Wow, der brieft ganze 50 Sternteile und kein Absender sonderbar. Da war bestimmt die fürsorgliche Rosalina. Das war sie. Hey, emsiger Hotter. Möchtest du dein Aussen sehen ändern? Hallo, ich bin der emsige Hotter-Tot. Kannst du mir Sternteil jemanden aus anderen Spielerteilen teilen? Will ich aber nicht, weil du bist scheiße. Und ich möchte jetzt auch ein paar... Ja, alles klar. Ach, nee, Leute. Super Mario Galaxy ist so ein geiles Spiel. Das Spiel ist einfach so toll. Ich sag es euch. Wenn ihr das noch nicht habt, ne? Kauft es euch. Meine ich ernst. Das Spiel ist es einfach wert. So, wir wollen mal weiter einlagern beim emsigen Horten-Mensch. Oh mein Gott. Und 1929 schon. Schöne Brille, nicht wahr? Sieht nicht aus wie ein echter Verwalter. Lubber, du Speckschwarte, du. Was geht mit dir? Speckomon, ne? Hast du ja auch mal gedacht, du willst bei Pokémon mitmachen, aber irgendwie haben sie dich nicht genommen, weil du zu schlecht im Casting warst. Kann das? Naja, vielleicht wirst du ja der neue Relaxo in der nächsten Generation. Man weiß es nicht. So, und jetzt haben wir diese komische Scheibenklappen-Galaxie. Boah, ich hab Verreckungshusten. Kometenalarm. Alles klar, was geht? Der flippige lila Münzendurchlauf. Oh, ne, das ist doch asozial. Och, du Scheiße, Alter. Das finde ich asozial. Das finde ich auch nicht in Ordnung, wenn ich ehrlich bin. Das ist jetzt wieder so eine Aufgabe, die finde ich nicht angemessen für mein Alter. Das ist viel zu schwer für mein Alter. Nun gut, okay. Dann wollen wir das Ganze mal ganz schön... Na, ich hab jetzt aber keinen Bock, hier so rumzuluschen. Ja, danke. Danke, 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 danke. 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 Mein Gott, ey. Okay. Ich hab keinen Bock. Ich hab wirklich keine Lust, jetzt alles hier auf die übelste Vorsicht auszulegen. Deswegen werden wir schon ein bisschen, ein bisschen, ein klein wenig experimentieren, Leute. Oder? Also, ich werd schon vorsichtig sein. Aber nicht so vorsichtig. Also jetzt gerade doch, weil es ist schon auch... Es ist nicht einfach. Ja, doch, ich bin jetzt mal auch vorsichtig. Man muss in seinem Leben auch mal kein Risiko gehen können. Das, ne? Das, ich mein, das ist ja... Ist ja auch bekannt. Und... Dass man auch mal vorsichtig sein muss. Man weiß nie, woher der Bus kommt. Zitat von Simon... Simon war's, glaub ich. Von, äh... Von Rocket Beans, von Game One. Die werde ich ja wahrscheinlich auch auf dem Webvideopreis, äh... Gesehen haben, wenn die Folge jetzt schon oben ist. Da freu ich mich auch drauf. Die mal... Also, wenn ich sie denn seh, die mal zu sehen. Denn die sind echt klasse. Ach du Scheiße. Dö, dö, döm, da. Oh mein Gott. Ich bin ein echter Verwalter. Oh yeah. Und ich bin so ein... Hab ich keine vergessen? Ich bin so ein fetter Verwalter, ne? Ne, ich glaube, ich hab keine vergessen. Ach du Scheiße. Das war nicht geplant. Mein Gott. Mein Gott. Fuck. Wie, das geht auf Zeit? Nein! Bleib leben! Leib! Ja! 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 Nein! Oh! 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 Hättet ihr mir ja auch mal sagen können, dass das auf Zeit geht, ne? Hättet ihr mir ja auch mal sagen können, dass das auf Zeit geht, ne? Egal. Komm schon. Komm schon. Ich bin so dicht. Ich bin so dicht. Nein! Nein! Ja! Oh! Oh mein Gott, Leute. Okay, wir haben es geschafft. Sauber. Mein Gott. Dem, 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 Mario. Boah, war das gerade, boah, war das gerade hart für mich. Oh mein Gott. Okay. Okay. Okay, Leute. Okay. Das war jetzt echt nicht ohne. Da habe ich jetzt schon auch ein bisschen gebraucht, um das zu verarbeiten, ganz ehrlich gesagt. Oh mein... Nein! 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 Boah, bitte nicht! Boah, warum? 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 Ich wusste es, dass es irgendwann kommen wird. Ich wusste es. Nein! Okay, wir werden uns jetzt, äh, in diesem Folge, werden wir uns dem Ganzen noch annähern. Ich werde es, ich werde es noch versuchen. Ich werde es versuchen, Leute. Ich möchte aber auch betonen, dass ich es nur versuchen möchte, denn ich kann für nichts garantieren. Unser Tod kann uns unmittelbar bevorstehen. Unser Sieg ebenfalls. Unsere irgendwas unter Umständen auch. Es kann alles passieren, Leute. Niemand weiß, was passiert. Die... Da stimmt die lila Münze. Oh nein! Nein, ich kann heulen gehen. Nein, das war der größte... Boah, das war so schrecklich, ne? Das war so schrecklich. Jetzt weiß ich auch, warum ich damit immer Probleme hatte. Das war so schrecklich, ne? Boah, Luigi, leck mich. Ich will dich gar nicht hören, ey. Hör auf, Luigi. Und die Robo-Putze auch noch. Hast du noch einen letzten Rat für mich? Na, ich hatte 140 Liter Münzen, aber ich war unbestimmt. Und jetzt sind wieder alle... Boah, du bist so ein bisschen da. Könnte ich, dummer, Lila München 100 davon, würde mir schon ausreichen. Du bist dafür belohnt. Wie wäre das? Bekannt, wartet unten und kümmert... Du bist doch scheiße, Junge. Nur weil du nicht auf deine Kackmünzen aufpassen kannst, muss ich leiden, oder was? 140? Na ja, gut, 140 sind viele. Aber, äh... Ja, wir dürfen... Wir dürfen es am Anfang eben... Ja. Da hätte ich früher wechseln müssen. Ich muss jetzt auch erstmal... Erstmal, äh, so ein bisschen das hier, ähm... Ja, ich hab schon so viele verloren jetzt. Man kann gar nicht alle mitbekommen. Nein. Nein. Oh, Oma, 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 bitte nicht. Ja, ja, Oma, Oma, Oma. Nein! Oma, 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 nein! Papa! Papa! Nein! Nimm die mit! Komm schon! Vater Gottes, im Namen der Herr, verdammt! Komm schon, komm schon, komm schon! Das gibt's nicht... Ich hatte so viele! Ich hatte so viele! Nein, ich hatte so viele! Nein! Okay, okay, okay. Letzter Versuch, Leute. Ansonsten muss ich jetzt im nächsten Part versuchen. Oh mein Gott. Okay. Auf geht's! Robo-Putzen-Action! Okay. Komm schon, komm schon. Gib mir die Münzen, Alter. Ich putz dir den... Ah, Entschuldigung. Wollte ich nicht. Okay, 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 okay. Komm, 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 komm. Jetzt geh früher rüber. Na, war scheiße. Egal. Oh, diese Super Mario N64 Musik dabei. Oh nein! Mario ist hingeklatscht! Oh. Nein! Nein! Bitte nicht! Komm jetzt. Komm. Sag dir. Ja, du hast viele Münzen. Sag dir. Gönn dir. Ja. Nein! Nein! Ich glaub es nicht! Warum springt der Affe denn nicht? Ich hab's doch gedrückt! Okay, Leute. Wir werden hier einen Cut machen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Oh mein Gott, ich will nicht! Ja, ich weiß nicht.